Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag Gamification in OpenStreetMap oder einfach spielerisch in OpenStreetMap mappen. Ja, bin selber OSM-User, bin auch von OpenStreetMap-Verein Österreich. Daher kurzer Inhalt von meinem heutigen Vortrag. Was ist OpenStreetMap, falls noch nicht bekannt ist, OpenStreetMap in Österreich, wie wird normal gemappt, was ist jetzt Gamification, cooles Wort, mappen in OpenStreetMap mit Kenntnissen, wie geht das, wenn ich nicht die Strukturen kenne oder dergleichen und wie kann ich auch Gamification machen mit OpenStreetMap-Wissen. OpenStreetMap ist ein freies Projekt. Grob gesagt ist OpenStreetMap wie Wikipedia nur für Landkarten. Also es wird eine freie Weltkarte damit erschaffen, strukturiert, Geodaten erfasst, auch die Metadaten dazu. Die Lizenz ist frei, jeder kann sie verwenden, OpenStreetMap muss halt genannt werden. Und wo ich dann auch gleich in den nächsten Folien darauf eingehe, OpenStreetMap ist eigentlich die Datenbank an sich, die Daten. Das ist OpenStreetMap. Verwendet wird es in Forschung. Das war das initiale Grund, damals von Steve Coast. Er hat Diplomarbeit geschrieben, wollte Karten verwenden und die ganzen Hersteller haben Lizenzkosten von ihm verlangt und er hat gesagt, das kann es nicht sein, wir brauchen eine Community-freie Karte. Private Personen können OpenStreetMap verwenden und kommerzielle Produkte können natürlich damit auch betrieben werden. Wenn wer OpenStreetMap kennt, dann kennt er die Webseite OpenStreetMap.org. Viele wissen nicht, dass wenn man einfach OSM.org eingibt, kommt man auf die gleiche Seite, ist schneller zum Tippen und viele glauben, das ist jetzt OpenStreetMap, aber das ist jetzt nur eine Beispielanwendung, wie die Daten präsentiert werden können. OpenStreetMap ist im Grunde die Datenbank. Die Daten, die in der Datenbank gespeichert werden, da gibt es ein bestimmtes Datenbank-Schema, wie das zu verspeichern ist. Den Otto-Normal-Mapper interessiert das eigentlich auch nicht so. Also es geht eigentlich nur um Daten erfassen. Wir sind heute da von OpenStreetMap Österreich. Wir sind vor kurzem sogar zu einem Local Chapter ernannt worden. Das ist so eine offizielle Repräsentation von OpenStreetMap Foundation. Österreich hat eine ziemlich große Community. Das sieht man dann auch in den Daten. Ja, im städtlichen Gebiet gibt es viele Mapper, daher ist dort sehr gut die Datenqualität. Beim Land sind wir auch im Vergleich zu Google oder anderen Anbietern wie hier auch vergleichbar. In manchen Bereichen auch besser. Also OpenStreetMap verwende ich persönlich auch immer für das Radnavigation, Fuß zu Fuß gehen. Beim Autofahren, wenn ich das mache, greife ich auf Google zurück, weil das hat den Vorteil, dass das live Verkehrsmeldungen drin hat. Darauf können leider wir nicht zugreifen aus Lizenzgründen. Und was man in Österreich auch sieht, die Grundformen von Mapping ist eigentlich überall abgedeckt. Und jetzt geht es mehr, sehr komplexe Strukturen zu schaffen. Relationen werden vieler gesetzt, zum Beispiel, dass ganze Buslinien gemappt werden. Grad in ist das Polygon-Mapping, wo man Landnutzungsarten als Polygone in der Karte erfasst. Oder 3D-Mapping. Wie man das normal macht, gestern gab es einen Workshop mit dem Chosen-Editor. Der ist sehr kompliziert, aber auch sehr mächtig. Er ist erweiterbar, anpassbar an deine Bedürfnisse, aber du brauchst mal eine gewisse Zeit, bis du dich mit dem Editor umgehen kannst. Es gibt für Webbrowser Idee und da ist der Einstieg sehr leicht. Man muss einfach nur in der Karte klicken und hat schon seine Straßen und Gebäude gezeichnet. Aber bei normalen Mappen muss man halt immer im Wiki nachschauen, wie tue ich jetzt ein Gebäude taggen. Und ja, ich muss eben die einzelnen Tags immer daraus kennen. Und deshalb für einen Otto-Normal-Verbraucher, also auch zum Beispiel für meine Eltern, ist Gamification eine coole Sache. Weil da werden die Daten erfasst im Zuge eines Spiels. Es ist sehr leicht. Die Usability ist sehr gut von den Programmen, die ich dann auch vorstellen werde. Man kann sich mit anderen Mitspielern messen. Und das Schöne daran ist, es wird die Zahl an Mappern auch dadurch erhöht, indem auch Personen, die jetzt nicht dieses Geo-GIS-Wissen haben, aus der Geografie, dass die auch ihren Beitrag leisten können. Und ja, ist eben aufgabenbasiert. Und es gibt eben, was ich vorstellen werde, Smartphone-Apps, wo man spielerisch das erfassen kann. Oder auch über den Computer, Webbrowser gibt es auch diverse Programme. Da braucht man dann schon bei manchen Sachen Informationen, wie jetzt was getaggt wird. Aber das wird dann meistens von den Challenge-Erstellern vorgegeben. Und das schaut man sich dann einfach in einem Infomenü an und kann loslegen. Was ich vorstellen möchte, ist StreetComplete. Das ist eine der, oder die bekannteste Gamification-App im OpenStreet-Map. Ist herunterladbar von StreetComplete-App. Ist über einen App-Store erreichbar. Oder auch, die nicht so auf Google-Services setzen wollen, auch im F-Truid-Store erreichbar. Also ist eine Open-Source-Anwendung. Damit man taggen kann damit, braucht man einen OpenStreet-Map-Account. Der ist schnell erstellt über OpenStreet-Map.org. Und auch von den Daten her, die man angeben muss. Man muss eine E-Mail-Adresse angeben, sich ein Passwort festlegen. Und das ist es. Ja, und die App benötigt dann halt die Berechtigung, dass sie auf den Account zugreifen darf. Ja, und dann kann es schon losgehen. Und ich verwende das öfters zum Spazierengehen oder wenn ich am Bahnhof auf dem Zug warte oder auf dem Bus warte, dass ich in meinem Gebiet was tagge. Ja, und Vorsicht, Suchgefahr. Man verirrt sich oft dann stundenlang, aber es macht Spaß. Ja, wie schaut das aus, bevor ich zur Live-Demo gehe? Okay, hat man eine Karte und hat überall solche Pins. Das sind Anzeichen, dass es dort Challenges gibt. Und es wird versucht durch die Symbolisierung, zum Beispiel so Haus. Da wird es darum gehen, dass irgendwelche Informationen über ein Haus erfasst werden müssen. P mit einem Schlüssel, ich schätze, das ist jetzt Parkplatz, wie zugänglich der ist oder ob irgendwelche Kosten. Und es gibt auch immer solche Check-Symbole. Die finde ich auch immer spannend. Da wird auch geschaut, dass mit solchen Challenges geschaut wird, ob die Daten, die in OpenStreetMap eingegeben worden sind, vor längerer Zeit noch immer aktuell sind. Also meistens existiert der Mistkübel noch immer, der vor zwei Jahren eingetragen worden ist. Und zum Beispiel bei den Gebäuden, das ist der Punkt, was ich gemeint habe, dass die Usability sehr schön ist und man kein Wissen braucht über das Tagging-Schema, weil man hat hier die normalen umgänglichen Wörter für ein freistehendes Haus, man kann sich darunter was vorstellen. Und wenn man dann zum Beispiel das Wohngebäude auswählt, dann gibt es noch die Möglichkeit, weitere detailliertere Angaben zu setzen und dann über den roten Check zu sagen, ja, so schaut das dort aus. Oder andere Challenges sind Fahrstreifen fürs Auto, da gibt es dann auch so Bilder, wo man sich dann besser auskennt, was jetzt mit den Fahrstreifen gemeint ist. Ja, da eben dieser Check existiert, dieser Code-Tüten-Spender. Oder was auch recht praktisch ist, Öffnungszeiten, dass die erfasst werden von Einkaufszentren. Weil da gibt es auch Krater-App oder Web-Service, was zum Beispiel die ganzen Öffnungszeiten von Gebäuden und so weiter bereitstellt. Und damit werden halt auch diese Daten verbessert. Dann, was mir vor allem gut gefällt, ist Oberfläche. Oberfläche, da sieht man auch immer ein Hintergrundbild, wie jetzt Asphalt ausschaut, wie jetzt Beton ausschaut. Ja, das ist jetzt nicht so schwer, aber ja, halt Pflastersteine. Und dahinter sind dann bestimmte englische Tags vergeben und ich brauche mir keine Gedanken machen, was das jetzt im OSM-Schema dann, wie das gemappt werden sollte. Ja, Gamification, ich bekomme nach einer gewissen Anzahl, hier waren es 280 Aufgaben, poppt dann auf, du hast so und so viel gemappt und bist jetzt ein Landvermesser. Und mit der Zeit sammelt man dann solche Auszeichnungen. Und ja, bin jetzt eigentlich eh schon bei der Live-Demo. Ich hoffe, es funktioniert. Also, das ist mein aktueller Handy-Screen, wo ich das Programm offen habe. Ich kann es nur noch mal schließen und eben das Street Complete aufmachen. und werdet ihr hier in der Gegend und ja, hier gibt es die Frage, gibt es dieses Fraunhofer-Austria-VC-Forschungseinrichtung noch, kann ich auch mit Ja, Nein beantworten. Wenn ich wieder wegklicke, sehe ich wieder die anderen Aufgaben. Was seit einiger Zeit recht cool ist, ist Erfassung von Farbe und Breite. Und da finde ich es witzig, wenn man, so wie ich, sehr schlecht in Längen abschätzen ist, gibt es ein cooles Feature seit einiger Releases, dass man über die Kamera, zuerst hat es Indoor funktioniert, kann man die Straße ausmessen lassen. Genau, hat er den Pfeil und wird mir dann angezeigt, die Meta-Angabe. Und wenn ich dann aufs Übernehmen, wird es dann auch gleich eingetragen und ich könnte damit dann die Straßenbreite beantworten. Änderung verwerfen. Zusätzlich zu den schon genannten Auszeichnungen gibt es auch als Goodies Hinweise auf Webseiten oder Web-Services, zum Beispiel Weekly OSM. Das ist die Wochennotiz. Da wird jede Woche die neuesten Nachrichten aus dem OpenStreetMap-Welt, GIS-Welt, zusammengesammelt von Freiwilligen und auf einer Webseite in einem Blog bereitgestellt. Was noch spannend ist, Touchmap. Hier sieht man zum Beispiel auch eine super Anwendung für OpenStreetMap für Blindenkarten. Da können mit einem 3D-Drucker dann haptische Karten ausgedruckt werden. Wenn man selber einen 3D-Drucker hat, kann man die 3D-Druckerdaten sich generieren lassen oder man lässt sich dann die Karten zuschicken. Ich hätte dann noch zwei Sachen vorgestellt, was browserbasiert ist. Hier ist ebenfalls, es ist eigentlich immer ein OSM-Account notwendig, damit die Daten unter einer Person eingestellt werden. Map-Rollet sind so Challenges. Da braucht man halt einen OSM-Editor, den Chosen oder den IDE und kann dann zum Beispiel Korrekturen machen, dass zum Beispiel, kommt oft vor, dass Straßen durch Gebäude durchgehen, dass diese Daten korrigiert werden. Oder hier habe ich ein Beispiel aus Schottland, wo Häuser, die nicht vorhanden sind in der Karte, erfasst werden sollen. Und da gibt es dann auch, je nachdem, wie viel man gemacht hat, bekommt man dann auch so Achievements. Und was jetzt auch nicht so mit Gamification zu tun hat, aber mir eigentlich in OpenStreetMapper großer Punkt am Herzen ist und ich selber fühle mich als humanitärer Mapper, ist, dass man in Katastropheneinsatz gibt. Da gibt es auch die Möglichkeit, beizutragen. Da gibt es dann oft Mapping-Partys, wo sich mehrere Mapper treffen. Und eben vor kurzem, das Erdbeben in der Türkei war so ein humanitäres Mapping, wo dann das Schöne ist, ist eine große Community. Und in einem kurzen Zeitraum können da Millionen von Leuten ein Gebiet kartieren. Hier habe ich dann eh einen Ausschnitt von einer Challenge. Jedes Quadrat ist ein eigenes Mapping-Gebiet für jeden Mapper. Und da sucht man sich ein Gebiet aus und die sind wirklich sehr einfache Challenges. Da muss man wirklich nur von einem Satellitenbild abzeichnen, die die Grundstruktur eines Gebäudes oder eine Straße mit einer Linie nachfahren. Und mittlerweile hat da auch AI Einzug genommen. und wird man auch bei Mappen unterstützt, wo dann schon vom System vorgeschlagen wird, hey, ich hätte da jetzt im Satellitenbild ein Gebäude erkannt. Bist du auch der Meinung, dann übernimm das Gebäude. Ja, wie gesagt, wer dann am Ende mit meinem Vortrag, falls es noch weiter offene Fragen gibt, OpenStreetMap-Stand ist in die Richtung. und ja, können da gerne auch mehr über StreetComplete herzeigen. Und ja, würde mich freuen, wenn einige auch StreetComplete mal ausprobieren, ausprobieren. Finde ist auch, wenn man Kinder hat und spazieren geht, super Anwendung, um die Kinder zu beschäftigen. Ja, und OpenStreetBap bekommt dadurch auch aktuelle und neue Daten dazu. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und ich wünsche noch schöne Linux-Tage. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Und 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 ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.